Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trouble in Terrorist's Town mit dem Feldo, dem Chris, dem Pierre, und der Antonia, ich bin gestorben, das ist ein Mausefall, der super warm bei mir geworden ist, ich hab mal den Ventilator angemacht. Ja, ich weiß, da bin ich vorhin reingelatscht. Wer ist denn hier noch? Feldo. Hier sind jetzt alle irgendwie, außer deiner. Also ich bin, ich bin Inno. Und hab keine Waffe. Und ich bin jetzt am Boden. Ja, jetzt bin ich bei euch. Also dem einzigen, wo ich grad glaube, oder der einzigen, ist die Antonia. Ah, toll. Lass mich rein, und gerade die ist es, ne? Ja, genau. Feldo, wo du mich gerade... Wahrscheinlich ist sie das doch. Na gut, sie ist das grad Detective, deswegen ist sie wahrscheinlich... Feldo, ist sie da wohl... Ja, Detective, ja. Aber ich bin hier oben und such grad eine andere Waffe, weil ich keine finde. Ach, da ganz oben, bei den Büchern da. Ja. Und snipe dann runter. Ja, ich hab noch keine Waffe, also... Wer hat geschossen? Der Alex. Ich... Ich hab einfach nur rumgeschossen, weil ich hab... auf keinen gezielt. Aua. Er hat mich getroffen. Ja, ist es. Alter, komm Feldo, mach mal raus raus. Hm. Woraus? Wie, bitte was? Deiner. Also ich bin's nicht. Ich bin's nicht, ich bin's nicht. Dann, dann untersuch sie mal. Wieso kann ich den nicht untersuchen? Ach, eh, eh. Was? Wer schießt auf mich? Ja, dann ist es... Feldo. Da oben. Dark! Warum haben wir die Taschenabahn? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ja, komm doch mal her. Ich hab das unglückgefühl, dass ich das im Nachhinein voll bereuen werde. Ich weiß nicht. Definitiv mehr Glück als Verstand, hab ich das Gefühl manchmal. Boah, dieser Ventilator nervt ja schon ein bisschen, oder? Kannst du ihn mal ausmachen? Ja, klar. Ja, klar. Dann weißt du sofort, wo ich bin. Ja! Fick dich! Ja! 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 Die Ventilator hab ich übrigens angemacht. Hast du ja auch gesagt. Hab ich auch erzählt. Ja, ja, ich weiß schon. Nein, trotzdem. Ich nehm beide mit. Ja, hast nur mich mitgenommen, ne? Ja. War auch. Aber wir standen wirklich beide nebeneinander, Chris und ich. Und nur ich bin mitgegangen. Ich bin einfach... Ich hab das gehört und bin direkt weggerannt. Ich wollte es nicht. Aber selbst als die explodiert ist, waren wir beide noch nebeneinander. Aber ich glaub einfach... Deswegen hab ich noch gesagt, ich war der menschliche Schutzschutz. Weil ich sagte, beide kratzen ab und dann so einen schönen Chility, äh... Die den letzten töten. Ja, aber ich... Ich hätte doch auch wissen müssen, dass es der Feldo ist, dann. Ein Charite von. Ich hab auch nichts mitbekommen. Ich war grad irgendwie noch auf Waffensuche. Kann man hier runter? Mach mal was raus. Achso. Preparing. Juhu. Er ist denn jetzt schon wieder runtergesprungen. Ja, ich bin runtergesprungen. Ist doch nur Preparing. Alter. Ich bin Detektiv. Schaden, weil ich hier runterfalle. Detektiv. Ja, ich bin Traitor. Die Leiter sind aber so buggy. Ah, hallo, Alex. Er steht hier rum. Antonia mit einer Waffe. Sieht sie auch nicht. Kann ich mir eine Waffe eigentlich kaufen als... äh... Ja, kannst du. Eine FNP90. Äh. Ich bleib mal beim Alex. Eine FNP90, ja. Was machst du eigentlich? Ach, du läufst hin und her. Ich hab mir grad eine Waffe gekauft, ja. Ach so. Hätte er keine gefunden. Ja, ich hab nur so ne komische Pistole. Ähm. Da hinten kommt jemand, Chris. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Heldow. Die Frage. Geh weg da. Ja, ja. Weißt du, warum treff ich nicht? Muss jemanden killen. Wer ist da? Ähm, hallo. Hi. Antonia? Ja. Bist du's? Nein. Sicher? Ja. Ja, ganz sicher. Irgendwie glaub ich jetzt niemand mehr, weil Alex und Dina sind tot. Ja, der Feldo ist es. Oh Gott. Fuck, 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 fuck. Äh. Äh. Wer lebt denn da jetzt noch? Hallo? Fuck! Nein! Was? Ich hätte gerne bessere Waffe. Bitte. Ich hätte gerne bessere Waffe. Oh Gott. Was für mein Leben. Ja, das ist schön. Wo bist du denn? Da, wo du anscheinend grad nicht guckst, wa? Ja. Schaut so aus. Ja, du stehst bestimmt wieder irgendwo oben und snipest oder so. Das hört sich nicht grad nach einem Sniper an. Nee, nee, um. Ja. Oh, der Anrufer spült grad. Liebe Grüße an der Stelle. Fast ist, wenn ich wieder Halsbrecher und schon unterwegs bin. Fuck. Yay! Mann! Alter, du bist nicht so! Da hat der Chris einfach mal alle gekillt, ey. Wie? Du bist so ein Arschloch. Wie, wie? Ey, wie? Wie? Du bist aber tot. Ey, Gerd, danke, dass du so schön geschlafen bist. Und wie dann gesagt wurde, der Dünner ist tot. Da hab ich natürlich die Klappe gehalten. Ja, schon klar. Aber echt, mit einer Silence AWP. Der erste Schuss daneben und der zweite Schuss hat getroffen und ich war so happy. Ich war so happy, dass ich... Das ist meistens so, der einen Schuss triffst du und einen verkackst du. Ja, aber echt, dass ich auf diese kurze Distanz im anvisierten Modus getroffen hab, ich war so happy. Okay, hier sind einfach mal 30 Waffen runtergefallen, so gefühlt oder so. Ja, ich bin mit dem Waffen runtergefallen. Geh dich, geh dich. Und vielleicht meine zweite Pizza fertig. Ja, schön für dich. Du musst halbe Pizzen merken. Ja, das Ding ist wirklich winzig. Mini-Open. Hoffentlich ist es schwarz und verbrannt. So mag ich es ja eigentlich am liebsten. Die grad war auch schon ein bisschen zu dunkel eigentlich. So, ich bin Alex, ne? Oh, ich bin Detective. Ich bin Inno. Inno. Chris ist da und wer ist noch da? Also wenn ich gleich ruhig bin, dann Alex ist es dann. Hier ist Feldo. Feldo, Feldo, Feldo. Antonia ist Detective. Antonia ist Detective. Antonia ist Detective. Ja, hab ich gesagt. Die ist hier. Okay. Und wer ist da grad runtergefallen? Ja, ich. Wer ist denn da hinten jetzt noch alles? Achso, Antonia ist Detective, ja. Was ist denn hier? Antonia ist Detective, hier ist Chris. Wer ist da grad rüber gesprungen? Der Feldo, der springt immer überall runter. Und ich bin schon bei 54, das heißt, wenn ich jetzt Felter bin, wäre ich eh der erste Tote. Sowieso. Also, ich hab irgendwie ein gutes Händchen dafür, selbst Mord zu begeben. Ha. Ja, geht doch. Warum ziehst du die ganze Zeit auf mich? Wer? Der ist wieder runtergefallen. So. Was hast... Hä? Wer hat jetzt hier eigentlich gekillt? Wer hat jetzt geschossen? Hä? Feldo hat irgendjemand gekillt? Ne, Dynamics, sorry. Ey. So, also Alex war's. Achja, hast du ihn untersucht? Nee, ich trau mich grad nicht raus. Dann mach mal. Aber er hat zuerst auf mich geschossen. Das glaub ich irgendwie nicht. Ich hab nur 18 AP. Ah, ja. Oh, shit! Mann, warum bin ich eigentlich immer die Letzte? Das ist doof. Ich kann sowieso nicht zielen. Ja. Mann, Antone, wie ist es, die Letzte zu sein? Ja, ist doof, ne? Hm. Ich weiß. Wo, 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 wo bist du denn? Ach, da unten. Ja. Ja, ja. Hm. Was hol ich mir denn? Nimm uns mal eine Silence-ABP. Wieso? Bringt doch eh nichts. Silence. Doch. Naja. Ich mein... Du sagst gleich ein Röseradius. Ist ja egal, wer es hört. Hä? Ach, schade. Was war das? Fuck. Äh... Hätte klappen können. Ja, okay. Du musst dich schon zu mir hin bemühen. Habe ich vor. Ich weiß aber trotzdem nicht, wo du bist. Nee, überhaupt nicht. Gerade, gerade wirklich nicht. Ja, wofür hast du denn dein Radar? Ja, der ist ja nicht fertig. Hä? Der geht nur alle... Ähm, warte, zeigst du gleich. Alle 29 Sekunden. Also, du kriegst alle 30. Okay. Ja, gut, das ist ja schön. Und jetzt? Und Hanno? Ach. Ach. So, welche Waffen die denn alle hier? Und jetzt hatten wir einen 16. Okay. Ach, Antonia. Hach, Pierre. Joa, ist klar. Verdammt. Verdammt. Boah. Gute Arbeit. Mann, fast. Fast. Wenn er aber schon erzählt, dass er draußen bei den Leichen ist. Aber ohne Scheiß, das habe ich nicht kapiert. Irgendwer hat doch... Ja, ich. Wir haben dich ja nicht umgebracht. Direkt. Du hast den wegge... Dann habe ich so... Dann statt hinter mir so Chris. Dann habe ich so gedacht, okay, jetzt nutze ich das aus. Aber ich habe wirklich gedacht, Chris hätte ihn umgebracht. Warum auch immer. Ja. Nee, nee, ich war geil. Ich habe gesehen, okay, Phil, du ist rot und dann habe ich nachher abknallt. Aber Chris hast dir auch direkt einen Hatter gegeben, ne? Keiner hat es gemacht. Ja. Ich hatte LVP und ich war da einfach tot. Und ich habe mich erst voll erschrocken und what the fuck, war überfordert. Und dann war ich mir, ja, bist du still. Ich habe mich gemutet und habe weiter kommentiert, weil ich einfach die Schnauze voll hatte. Irgendwie die stille Ruhe von euch dazu ertragen. Stille, ne? Dann habe ich ABT gezogen und dann habe ich mir eins gegeben und das war's. Ja, weil der nachgeladen hat, der dumme Mann. Inno. 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 Inno sagen, das ist das wichtigste. Ja. Das ist so. Genau aus dem Grund muss ich sagen, dieses Inno sagen anfang bringt einfach am wenigsten, aber irgendwie ist es so drin. Das gehört einfach dazu. Ich bin hier beim Pierre. Ja. Du bist, äh, Dinger. Ja, ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, ich bin Traitor. Aha. Das ist schön. Okay, Deiner, damit bist du jetzt tot. Ja, jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Sind ja eure Minuspunkte. Was? Sie werden, wie der Traitor sagt, der den ausging, aber der stimmt ja eh nicht richtig. Aber wenn du es am Ende bist, dann, ja. Ach, ja, ja. Jetzt bin ich auf dem scheiß Regal, wie komme ich denn wieder runter? Nein, nein, nein. Hä, ist da jetzt jemand runtergefallen? Ne, ne, ich bin da fast runtergefallen. Ach so, weil ich gerade wieder dieses, dieses Irr gehört habe. Hat nur noch 34 habe, und ich stehe hinter Pierre. Hä? Alter, okay, alles gut. Ja, wenn nicht bloß, dann kannst du mir mal eine He-Station spendieren. Ich hab gar nichts mehr dafür, sorry. Ah. Dann kill mal jemand. Oder bringt das auch was, wenn ich jemand bin. Toll, ich bin auch runtergefallen. Wer schießt? Äh. Sag doch mal, wer schießt mal die Lucha? Oha, hey, 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 halt auf, um mich zu schießen. Ich bin gerade runtergefallen von der scheiß Treppe. Ach so, okay. Ich hab gerade erst gedacht, weil du auf uns zugelaufen bist und hier Schüsse gefallen sind, als du nicht bist. Ähm. Oben sind die. Oben ist der letzte. Wo denn? Ganz oben auf dem Regal. Du hast aber immer noch keine Points, um mir eine He-Station zu kaufen. Ah, Antonia war ein Radar. Ja, das ist schade. Ja, das ist schon oben ist der letzte. Okay. Wie kommt man da hin? Entweder Antonia oder Alex sind es. Weil es sind nur noch drei Kreuzchen. Hä? Ich bin's nicht, Mann. Na, ich bin mir da nicht so sicher. Ich hätte schon vorab kriegen können. Aber dann ist Antonia, wo ich so. Feldo, sprich doch. Ich seh dich doch da oben, Lucha. Ja, wenn Feldo noch lebt, dann ist doch Feldo, Mann. Dann hat Feldo aber was rein. Ich hab ihn doch gesehen. Antonia, auf auf mich zu schießen. Mach ich gar nicht. Was? Ich hab nur einer daneben geschossen gerade. Ja. Ja, weil ich dich verwirren wollte. Das Tor bei einer, hab ich eine AP verloren durch. Echt? Ja. Also eigentlich warst du da gar nicht so, also nah dran. Ja gut, gehen wir doch mal raus. Ey, ich bin auf dem Schuh geschossen. Was? Nein, das war die Mausefalle. Ach, scheiße. Bist in die Mausefalle gelaufen, Mann. Ach, hier ist ein Mausefalle? Ja, hier. Nicht instant dadurch. Das hatten wir schon mal durch. Das Thema. Jetzt bist du fast tot, oder wie? Ich hab nur noch 10. Boah, Mann. Ich weiß, dass du es ausnutzen wirst. Wer ist denn, hä? Ich weiß, dass du's bist. Ich? Nö. Aua, 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 aua. Oh Mann, warum läuft der nicht schneller? Sehr schön zu, bei Pierre. Da war ja keiner mehr über sonst. Oh ja, ich weiß. Ich hab Düner gekriegt. Ich hab Felder getötet, weil er nämlich, äh, ja. Was hab ich gemacht? Richtig afkar. Ich hab irgendwie geschossen. Und er sieht mich nicht, dass ich einfach neben ihm stehe. Ja. Aber ich muss sagen, die Runde läuft ganz gut. Wir sind schon über 16 Minuten. Ich hab gedacht, dass Antonia den, ähm, anderen da unten rauslockt. Und ich hab gehofft, dass ich den von umsnipen kann. Aber, das war er dann nicht. Ich wusste, dass Antonia das Ding hier ist. Weil Alex hätte nämlich nämlich töten können. Eiskalt. Aber hat's nicht getan. Ja. Aber der läuft so ewig langsam. Da hatten wir überhaupt keine Chance, überhaupt abzuhauen oder so. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ich hätte gern so einen, so einen Renknopf. Ah, das stimmt. Ja, so einen Sprinten. Das wär schon geil. Hm. Ich drück auch schon so standardmäßig Doppel-W und sowas. Aber das bringt nichts. Ich drück auch gerne durch, äh, meine anderen Spiele gerne, ähm, Shift zum Rennen und auf einmal. Ich bin Inno. Ich auch. Detektiv. Ich auch. Inno. Ach, Leute. Das spiel ich noch mal jedes Mal. Ja, das spiel ich noch mal. Ich spiel ich noch mal. Du kannst aber einer von euch dreien sein. Aber steht immer darauf, dass es Alex ist und, äh, Feldo. Danke. War doch grad eben schon. Und? Ich bin's nicht. Am drunter war's eben auch und ich glaub, dass du's wieder bist. Und, und, und Alex. Ja, ja, ich bin's immer. Alex ist... Nee, bist du gar nicht. Ey, ich bin's immer. Alex ist definitiv. Ach so, stimmt. Ja. Grüß, Alex ist definitiv. Das hatte bis jetzt... Ey, da hat einer geschossen. Der schießt. Der schießt. Der schießt. Pierre. Und übrigens, ich hab ne normale SG, ne? Der Feldo, Feldo, Feldo. Versucht auf mich zu schießen. Alex. Nein, nein. Ich hab ne normale Dings in der Hand, ne? Du weißt das. Boah, ich hab mir irgendwie ein Todespferd. Lass ich mal durch? Danke. Fuck! Oh, scheiße. Genau in dem Moment geht die Arme aus. Fuck! Jawoll! Scheiße! Ich hab einfach keine Waffe mehr und alles leer geschossen. Oh, ich bin nicht. Ich bin nicht. Oh, klar. Scheiße. Deiner hab ich nicht wenigstens erwischt. Ja, ich hab Deiner noch erwischt. Wenigstens das. Nein, du hast mich nicht erwischt. Ich bin runtergefallen. Ja, er ist runtergefallen. Okay. Scheiße. Ich stehe jetzt direkt vor mir. Und ich hab ne Sniper und rotz die Beine weg. Ja, ey. Ja, weil ich genau in dem Moment keine Arme mehr hatte. Ich hatte nur noch eins. Ach, was? Ich hatte auch ne Science-AVP auf Anschlag. Aber wenn ich sie rausgeholt, dann hast du rechte Schießen. Logischerweise. Scheiße. Scheiße. Oh, alles macht gar nichts. Ich bin nebendran. Mal ehrlich. Ich hab ein eigenes totes Pferd. Oha. Mann. Mal ehrlich. Ich spring da runter und schieß meine komplette Muni daneben. Die komplette Muni. Aber ich hab dich auch ein paar Mal getroffen. Keine Ahnung. Ja. Ja, Pierre, hattest du? 26 hatte ich noch. Ah, okay. Scheiße. Aber ich hab mir das einfach... Wer hat mit dir geguckt? Der weiß. Und ich hatte ne Mac-10 und so. Detektiv! Habe dann versucht, versucht auf den Felder zu fießen. Enos will auch mal wieder Detective sein. Also ich bin nicht Detective. Wow. Wow. Ja, ich auch nicht. Da bin ich nur natürlich, da soll ich was Neues. Also immerhin bin ich ehrlich. Also ich stehe hier oben und ich sehe Alex. Wenn ich gleich still bin, ist Alex es. Hier ist der Pierre. Ja, Mac-10 über so ne Distanz auf jeden Fall. Aber ich würds versuchen. Kann ich aber nicht, weil du detektiv bist du nicht inne. So. Wer ist denn? Hier, 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 hier! Frage wo? Super, ich bin der Letzte, ne? Boah, ich wünschte, ich hab ihn jetzt getroffen. Scheiße! Deiner! Stimmt doch! Okay, da müsste schon mal einer weniger. Da bitte. Da bitte. Da bitte. Ich hatte 5 HP, damit kann ich nichts mehr reißen. Das war's dann für die Runde, danke fürs Zusehen. Man sieht's dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.